Hey ihr Haupentaucher, willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Ja, China Castle ist gerade hier ziemlich im Eimer sag ich mal. Oh Gott ja. Oh hi. Und ich musste die ganzen Typen in Rot abmetzeln, ey. Abmetzeln, muss ich gerade sagen. Weg mit dir. So, ihr kämpft mal schön mit den anderen. Ich hol mir mal das Item hier noch. Mysterium's Löschpuder. Ist ja schön. Ich hoffe mal, dass es jetzt alle gegenseitig kalt ist. Warte mal, es sei denn. Nö, mach dich. Au. Na komm Kumpel. Das ist geil, ne? So, da hagelt's wieder Materialien. Ja, schön, dass ihr dabei seid und danke wie immer fürs Einschalten, Liken und Kommentieren. Das ist nämlich die Königsdisziplin. Alles auf einmal. Au. Okay, okay. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, Leute. Oh Gott, der kommt jetzt schon. Der Typ von der roten Wache hier. Voller. Ah. Ist er das, der Dicke da? Ne, ist er nicht der vor der roten Wache, oder? Oh doch, es ist der. Ich glaube, das ist der. Oh, da kommt er schon. Da kommt er schon. Oh mein Gott. Äh, nope. Einfach nope. Ich möchte mich jetzt nicht mit dem anlegen. Noch nicht. Ich werde mich hoch. Da, das glaube ich, er wird geballert. Ja, alles gut. Alles gut. Ich hab's überlebt. Boah, sag mal. Was ist denn da los? Muss man erstmal alles, alles beiseite schaffen hier, was da rumrennt. Ja. Ja. Das war was du weg. Ja. So, dann wollen die Typen ja noch. Na komm. Oh, hier wird's wieder ein bisschen geruckelt. Da. Mal mehr Freundchen, ich hoffe, den kann ich jetzt... Ne, den kann ich nicht. Ah. Wo ist denn hier der Blechtrommler, sag mal? Hier hängt doch die ganze... Hier ist er. Hier irgendwo. Da bist du, ne? Schätzchen. So, ich will das Schätzchen noch. Ja, der Typ. Noch ein Boss, ne? Noch ein Mini-Boss. Hab ich schon wieder, der hat mich schon wieder gesehen, ja? Ach guck mal, das ist schon wieder so ein G. Oha. Oha. Oh nein! Ein Wurf. Ah, beziehungsweise ein Stampfer. Weil sich freut, Dickerchen. Kommst du mal runter, Kumpel? Ich glaub, der ist gleich tot. Ja, er ist schon tot. Ja, er ist schon tot. Meine Güte. Ich glaub, mit Parieren ist es bei dem nicht so einfach getan. Warte mal. Warte mal, ich glaub wieder mal ein bisschen Zucker, hm? Mein Freund. Ja, ich sag ja, bei der ist nicht so einfach getan mit. Tja. Ja, ich darf endlich auch wieder. Todell. Okay. Zähre Elijah. Da geht es weiter. Da geht es weiter. Oh mein Gott, die Sarah pariert es hier, ist jetzt schwierig gegen die dicken Mobs. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Beinchen runter. Au, fieser Sack. Warte mal, ich werde mir vielleicht auch ein bisschen Feuer hier reinpacken. Vielleicht schmeckt dir das ja besser, mein Freund. Aber war es jetzt? Vielleicht kann ich ihn ja auch vergiften. Warte mal. Ruhige ich gleich mal mit der Klinge raus. Warte mal, ich probiere mal die Klinge aus. Das Feuer ist auch nicht so. Alles klar, das geht auch nicht so richtig. Oh, doch, er ist ergiftet. Aber das Gift ist so ein bisschen... ...hinderflechtig, ne? Oh nein, ich wollte gerade wegspringen. Oh, ne Dickerchen. Wäre sich voll über seine Sumo-Moves. Outsch, okay, das war's mit den Punkten leider. Oha, ich brenne gleich. Oha, das war ein ziemlich lascher Kampf von mir, aber ich hab auch noch eine Gebietsperle bekommen. Ja. Noch eine Gebietsperle, sehr schön. Äh, ich geh trotzdem noch mal ganz kurz an die Statue zurück. Ich hab jetzt, ich hab jetzt, ungelogen, ich hab jetzt wirklich drei, vier Tage nicht gespielt. Muss halt wirklich, wirklich jetzt mal wieder reinkommen. Aber Kind war wichtiger, Leute. Das war einfach wichtiger. Das versteht ihr sicher. So. Oh, ja. Guten Tag. Au. Könnt ihr mal bitte gegeneinander kämpfen und nicht gegen mich jetzt gerade? Wäre ich super nett von euch. So, keine Taktberater da unten. Okay. Sei aber schuld. Oh, was? Weil ich nichts gesehen habe. Ah. So, schweine Backe. Ich soll halt immer noch auf mich schießen, da vorne. Bin ich echt ein bisschen frech. Na, warte nur. Ja, abdreht. Der Typ. Oh, jetzt. Der andere Schwertmann. Gute Nacht. Super ungeeigneter Kampfplatz. Ich soll mal Ruhe jetzt, ne? Neben stand, glaube ich, noch einer in der Kammer. Aha. Stirb. Geldbeutel. Was ist das? Oh. Was denn? Wo denn? Oh, nicht schon wieder. Alles total zu Bomben-Tier. Die, die... Sind nur am Rumpballern und... ...mit ihren Doppelkatanas da am Rumpfletchen. Äh. Was bin ich? Irgendwo der Wand verpackt. Ja, ist er wohl. Hey. Komisch. Der war einfach in der Wand verpackt. Okay. Da unten war wohl nichts mehr. Ne, dann müssen wir jetzt weiter. Wie schon gesagt wurde, wir müssen ganz an den Anfang des Spiels zurück. Ach, was? Der hat mich von da unten gesehen. Der Flintenmann. Da oben ist auch noch einer. Oh, so ein Kack. Oh, das war so. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Das ist ein bisschen unfair, findet er da nicht. Wie man diese zwei Reihenkämpfe... Oh, okay. Das ist kein... ...zum drüber springen. Klar. Wie alles brennt. Ach so, Feuer in dem Spiel ist ein bisschen sehr gefährlich. was? 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 Da kann ich hier auf dem Turm? Ja. Ist er wohl irgendwo. Kommt davon. Der Matizschrott, sehr gut. Der Händler ist... Wow, sitzt der noch da? Du bist aber ein bisschen... Oh nein, der ist tot. Sie haben ihn getötet. Oh, was für Arschgeigen. Sie haben ihn einfach umgebracht. Du kannst doch nicht einfach einen Händler töten. Der hat doch... Der hat doch nur Handel getrieben. Der hat doch nur ans eigene Wohl gedacht. Und sich selbst zu bereichern. Ich meine, kann mich aber machen. Was, den armen Kerl doch. Ah, ne. Oh, oh. Hier geht's hoch, aber... Ist gefährlich, glaube ich. Wow, hier steht sogar noch eine Kanone, weißt du? Hier sind schon mal ein bisschen Assis. Und was mache ich jetzt? Von wegen Erfahrungspunkte? Also mit Geld und so eintauschen? So, dann fehlt der nicht mehr. Oh doch, es fehlt noch einiges. Aschina, Umland. Oh, die Festung fehlt noch. Das Burgtor fehlt noch. Krass. Okay, dann muss ich nochmal kurz, kurz dahin, weil hier kann ich ja dann eh wieder zurück. Ach, ne. Kann ich gar nicht. Das Tal unten war ja alles abgesperrt mit einer Palisade. Was? Das für eine unzustörbare Palisade, bitte. Oder für eine unzustörbare Holzwand. Aha, hier tummeln sie sich bestimmt auch gleich. Aber der mit seinem Zelt da steht oben noch. Vielleicht kann ich aber ihm noch was verkaufen oder kaufen. Die kleinen Mistkerle wieder. Willst du mal bitte aufhören anzumisieren, danke. 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 Beide Kids! Da! Haha Aber einmal waren gut, ne? Da ist schon wieder so einer, so ein ekelhafter Haha Ja doch, ich möchte gerne eine Opfergabe kaufen Ich habe ja gerade nichts besseres zu tun wahrscheinlich So, kaufen wir mal Konfetti, das ist wenigstens einiges Das kostet einiges meine ich Ja, sonst haben wir keine Kohle mehr, ist aber auch gut so Sie sind Sie sind Ja doch So sieht's aus Haha Einfach mal runter gehauen den kleinen Drecksack Oh, ich bin das so traurig mit seiner Mutter Mit ihm und seiner Mutter, dass die Beiden hier einfach mal gestorben sind Und man konnte nichts machen Oh, ist ja noch einer Und tschüss 1300 geben die an Erfahrungspunkten, das ist schon heftig Scheiße Oh mein Gott, was ist hier doch alles los? Ohohoh 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 Das hört nicht auf, da kommen noch mehr Bei den krassen Typen Die haben noch einen Ogre dabei Oh mein Gott So viel kannst du nur eine Lebensenergie Oh, warte mal, den hätte ich mir jetzt eigentlich holen können Dass er mit mir kämpft Haha, das wäre Das wäre lustig geworden Krass, was hier eigentlich Was hier eigentlich alles immer aufgeboten wird, oder? An Gegnern An Gegnern Äh, das ist vor allem auch keine leichte Kost Das, das sind alles so die Hardcore Gegner mittlerweile Meine Seele gehört mir Ich kann der mich bitte sehen Au Warte Warte Ah, das gibt's doch nicht Du blöder Penner Ich wollte mal ein bisschen diesen Pariertanz üben Kennt ihr das? Wenn man hier die ganze Zeit diesen da macht Wenn man das richtige Timing hat Dann kann einen Eigentlich nichts mehr treffen Oh, guck mal, der stirbt jetzt Durch das Feuer Das hab ich grad der Schlauste, ne? Oha Was ist denn hier los? Die ganzen Kratzer, oder was soll das? Oh nein, ist das etwa noch ein Boss, ja? Ah Ah Zem Ich kann mal sehen, was da hinten auf uns wartet Oh, was? Oh, es geht auch gleich weiter, hm? Ich werd mal pausieren trotzdem Und, oh ja, gut, ich werd pausieren Ich danke euch fürs Zusehen Lasst mir gerne ein Like auf die Folge Und schreibt mir einen netten Kommentar Und dann geht's weiter mit Sekiro Danke, tschüss